Genau. Und dann ziehst du die Pappnase auf und sagst, da-da-da-party. Die Bluthütte. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht schon wieder diesen blöden... Oder du verkleidest dich jetzt grauen. Psycho. Dann rennst du direkt vom Dienstag. Ja, weil ich weiß, dass der immer noch hier kommt. Immer da, wo ich bin. Ja, aber dann haben wir nicht schon mal angefangen. Was, warum hab ich dich jetzt noch gerade nicht gesehen? Ja, ist wirklich da. Was ist das der mit der Aske? Der war da wirklich. Äh, Halloween oder, ähm, der Schlitzzeug. Da war er. Guck mal, warte. Warte, ich zeig ihm. Ah, Halloween. Halloween, Michael. Michael. Mann, der sollte Louis hauen, nicht mich. Als du wollt warst. Ich bin blind für die Claudette, Alter. Ist nicht dein Ernst. Ich wollte... Geh weg. Der ist dort jemand in der Hütte die ganze Zeit. Nee, ne? Ja, der steht die ganze Zeit neben dir. Als wenn es irgendwie was ist. Jetzt sieht er mich. Digga, fickt euch. Ich bin ja so ganz locker. Lässt sich gerade eine Karte am Rausholen. Das... Ich bin gerade schon weiter ab. Yes. Wahrscheinlich ist das jetzt... Scheiße. Ja, ach so. Ist das jetzt Achilles? Der spielt den Michael. Ach so, ja, der Killer ist auch lustig. Wir sollen... Der eine meinte doch, wir sollen nach seinem Namen gucken. Weil er Blutpunkte farmen möchte. Ja, woher soll ich denn aber wissen, was das für ein Killer ist? Den sehe ich ja nicht. Oh, ja. Seid ihr deiner Nähe? Ich bin nämlich komplett hier auf der anderen Seite. Aber zu mir kommt er jetzt. Ich bin direkt daneben. Wenn er weg ist, geht... Der kommt ja zu mir, weil ich verka... Gibt es denn einen Schrankkort oder so? Ich nicht, ne. Nee, Louis. Oh. Nee, ne. Fuck. Er ist gerade an mir vorbeigegangen. Also er ist nicht bei Nils. Ich bin bei Nils. Wo bist du denn? Ja, hinten durch. Oh, er stoppt mich. Scheiße. Okay, er hat mich gestoppt. Ich habe einen Matt gelb. Ach, du bist da hinten an dem Generator. Okay, verstehe. Ich bin irgendwie überall fest. Er ist in der Hütte nach oben gegangen. Er ist nicht anhängen geblieben, oder? Ach, Nils. Ach, nee, du bist da. Entschuldigung. Er ist unten in der Hütte. Er kommt jetzt hoch. Ja. Ich in der Hütte. Er springt runter. So eine bräunliche Blockhütte. Okay, jetzt finde ich bei uns. Er storkt dich gerade. Also unseren Generator... Oh. Ich bin direkt an dem Generatorn hier. Das war so kacke gespielt, ey. Der ist, äh... Fertig oder so. Aber erst warte ich, bis der Effekt weg ist. Er sieht dich. Er geht direkt zu dir hin, ne? Zu wem? Zu dem, der da kniet hinter dem Generator. Ach, das bist du nicht. Genau, ja. Wer ist denn das? Boah, es ist nicht kein einsamer, Michael. Scheiße. Ne? Nein, das war sie. Du wartest hier nicht, Mann. Und drauf, dass der Killer mich ermordet, oder was? Der ist sofort da hingegangen. Ja, der hat bestimmt Barbecue. Jetzt kommt er vielleicht zu uns. Ja, der kommt direkt zu einem... Ne, doch mal. Ne, nicht am Generator. Dann hätte er endlich nicht gesehen, wenn er Barbecue... Ja, aber dann wüsste er ja, jemand ist in der Nähe. Woher weiß er... Geh schon mal hin, du machst fertig. Ja, der ist fast fertig. Ja, aber der ist wirklich straight auf dem Zugang. Ja, der sieht dich, pass auf. Ne, Aussagen. Geht zu Wort, das ist wie er laufen ist. Und jetzt runter. Ne, wenn du mir alle in die gleiche Richtung du... Wechsel, weg, 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 weg... Gehtozink. Geht's nochmal gente incorporate gerade die Blockhütte. Die Unfäählung geht das den Tag noch nicht. Dr. Boah, das nicht Momente. Ne, der blockt mich hier. Damit ich Tode gar nicht sterbe. Deh, damit nicht sterbe! Ach, scheiße. Ach, der. Erst understanding vorbeigelaufen, die Playingrando. auf dem rum, der ist ja so blöd. Ach zu, der kommt. Nee, er ist wieder drin in der Blockhütte. Boah, scheiße. Ich wollte gerade ausweichen. Er stoppt uns hier. Er kommt runter, er kommt zu euch in die Richtung. Er ist hier. Er stoppt uns ja total. Ja, geil. Er hat nichts gebracht, als er es geschafft hat. Nee, weil er mich kriegt. Jetzt lauft es immer zu mir. Ja, er kriegt dich, ne, Lars. Komm, ich mach's eben. Ja, der mach auch. Mach's mir, schneller, besser. Ich spritz dich, warte, ich spritz dich. Ihr macht das nicht. Doch, ich hab dich gesund gespritzt. Nee, super. Bist du der Doktor oder was? Ich bin der Doktor. Wir müssen Nils holen. Ja, aber wenn er Barbecue hat, dann sieht er, dass wir nach hier laufen. Das heißt, ich laufe logischerweise weiter. Naja, der kommt nicht zu euch. Nee? Nee, das bin nur ich. Ich hau ab. Der hat mich, oh. Der macht meinen Generator strott. Wir sind auf dem Trott, da hast du noch gewartet, du. Ach, er geht nicht auf Torch. Warte. Was, auf Torchstation? Ich hau wieder ab. Ach, nein, ich bin in seine Richtung gelaufen. Komm, ich höre dich. Oh, du läufst in unsere Richtung, ja. Nein, bleib, 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 bleib. Nichts laufen lassen. Ah. Äh, nee, gut. Mann, er ist, man. Ach, ich hab nur Bindung drin. Ich hab gar keine Einfüllung. Ich, nein. Deswegen bin ich. Nein, ich bin am Generator. Geh weg, geh weg, geh weg. Wie, geh weg? Ja, er läuft gerade mit dem Kinder zu mir, deswegen. Ich mach seinen Generator grad weiter. Ach, du bist da hinten in der Ecke. Ja, wir machen grad den einen hier, der ist ziemlich weit. Ja, jetzt hat er mich. Noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Den, den ich gemacht hab, oder? Er kommt wieder her, Nils. Back, back, back. Der geht safe auf ihn? Er geht auf mich, hoffe ich mal nicht, ne. Ja, wir hoffen alle, dass er nicht auf uns geht, ne? Hahaha. Ist er bei euch noch? Er ist hinter Nils, ja, ja. Alter, das war so geil gerade. Ich weiß nicht, wo er hängt. Ich seh nix. Ah. Das war nicht mehr so geil. Okay, ich seh, wo er niedergeschlagen wurde. Ich bin tot jetzt. Ich muss mich auch jede Runde opfern. Hi. Ja, ja, gerade du, ne? Ja, ihr habt mich beim Verlust geopfert. Das war so, das hat sogar gepasst. Ich hab nicht mal einen Hit gekauft. Er geht hinter die Hütte zu jemand anderem. Wo ist er denn? Da hinter uns. Er läuft, glaub ich, jetzt um den Stein rum. Oh, jetzt kommt nicht immer zu mir. Ja, doch. Ich will jetzt zu dem Generator. Hä? Wie? Er hat dich. Ich hab ihm doch die Palette auf den Kopf gehauen. Ja, aber zu spät. Mann, ey. Er hat mich durch die Palette gehauen, dann hat er sie abgekippt. Ich seh dich. Scheiße, jetzt ist wieder diese scheiß Kugel da. Das kotzt mich so dermaßen an. Scheinlich so, Luis. Er geht nach rechts Richtung Generator. Ich geh zu Luis hin. Ich wollte gerade hingehen. Zu spät. Ja, toll. Ich mach dir mal den Generator da hinten weiter. Der war fast fertig hier in der letzten Woche. Ich war hinterher. Nein, der ist doch scheiße, der hat den gemacht. Kacke, der hat den kaputt gemacht. Ja, das ist irgendwie seit... Na, pass auf, der kommt hinter uns her. Er sieht dich. Er stoppt uns. Ja, deswegen geh ich weg. Das war's komplett los. Immer wenn das Medkit fast kaputt ist, geh auf die normale Schläge. Was ist? Wenn das Medkit fast kaputt ist, hör auf, dass ich mir Medkit zu heilen halte ich mit dem normalen Ding. Und wenn du dann kommst, hast du das Medkit wieder auf 100%. Was, hier? Geht in deine Richtung, pass auf. Das war so ein Schrott mit Kind, von denen ich 20 habe, Nils. Ja, trotzdem muss man heute nicht mehr schön. Ich will doch eh nur einmal in zwei Jahren. Hier sieht man echt, dass Luis Schrott ist. Er hat die gleiche Farbe. Hey, vielleicht sieht er an den Generator. Jetzt mach den Generator, ich bleib dir weg. Scheiße, warte, warte, warte. Luis ist auch hier. Ich bin jetzt eh tot. Weil er wird mich jetzt kriegen. Und einen One-Hitten. Scheiße, ohne Bindung, ist das so kack, oder? Muss ich hinter dich, Kammer? Doch. Ja, also spät. Der Leck hier nebendran ist auch der Ausgang. Äh, links, oder? Hier vorne. Oh, scheiße. Hä, was war das für ein Leck? Ja, ich bin total zurückgebackt gerade. Ja, geil. Ja, das war total heftig, der Leck hier, den ich hatte. Ich bin tot. Ich bin tot, du bist der Leck, glaube ich, oder? Nein, bist du nicht, also red nicht zum Scheiß. Nicht. Er geht komplett vom Ausgang weg. Mach erstmal den Ausgang und lass mich hängen hier. Ich hab' ihn schon auf, Silke. Ja, ich hol' ihn. Welcher Ausgang ist denn offen? Von dir aus links. Ja, hier, kommt einfach her. Hier vorne, den wird nicht. Äh, scheiße, links rum, ne? Ja. Oh, nein! Och, nee. So'n Arsch. Er geht links rum. Die Kamel jetzt, ja. Ja, ja, ich bin tot. Warst du schon zweimal? Geht raus, geht raus. Ja, Mann. Lauf raus. Ja, okay. Geh, geh, geh. Jetzt bist du wieder, äh, won't it. Aber ich hab' die Karte mitgenommen. Ich hab' nix mitgenommen. Wieso bist du nicht rausge- Hast du dich da vorne hingestellt? Du darfst nie vorne stehen. Weil der hat sehr, sehr wenig Terror-Radius teilweise. Ich war halt am Ausgang und er kam auf einmal an. Boah, ich hab alleine 16.000 Punkte für die Blutjagd gekriegt, weil der mich hier hat. Und die ganze Zeit. Die grüne Karte hab' ich verdient. So schön. Boah, was war das gerade? Was für ein Name. Boah, Beazjaboi? Zwölf G... G G... G Alemppier? Komm. Ein Tücke, erlicht das Licht? Licht, niemand erinnert den Tod? Naja. Diese Leute mit Noad Meier, ey. Das ist echt ein Hammer. Wir sind im verfallenen Kuhstall Kuhstall, genau. Kuhstall auf der Goldwind-Farm. Was sehr gut ist, kommt auf den Killer an. Jetzt peitscht gleich die Krankenschwester Wetten. Oder der Hillbill? Ah, bin wir da. Mhm. Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Da kommt der rechts von mir angelaufen. Mann. Boah, ich hab gedacht, das wäre der Killer. Geh weg, bin ich nicht in meiner Nähe. Wo bist du denn? Ich suche mir noch. Ja, wie der ist in deiner Nähe? Ja, die Musik ist da. Aber er ist weg, glaube ich. Er läuft gerade alles ab. Der ist Liesel, wenn die Musik immer die ganze Zeit nicht geht. Hier ist nichts. Ah, gerade kurz. Ja, da kommt jemand. Kein Ruin. Ja, da ist er. Ja, es ist Legion. Oh, Mann. Geh nicht zum Generator zurück, den mache ich dann. Aua. Dreh dich nicht um, der Legion geht herauf. Nein. Ich seh die Dings nicht. Ich seh, hier ist keine Palette. Der hier ist kein Palette zu. Hat der mich jetzt hier erschreckt? Oh, Nils. Ups. Das gehört zu groß. Er kommt direkt zu einem Generator. Wow, der hat dich nicht gesehen. Nein, der hat mich gesehen. Scheiße, holst du ihn? Ich hab gesagt. Er läuft gerade zu mir. Nein, ich laufe nicht in die Arme. Fuck. Das ist aber keiner der Blutpunktefarben will. Doch, dass er nicht zu mir kommt. Komm, ich dachte, der kommt zu mir. Jetzt geht der Urteil ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ne, ist wohl doch einer der Blutpunktefarben will. Er hat mich losgelassen. Äh, losgelassen. Heißt aber nichts. Ja, aber ich glaub nicht, dass er mich verloren hat. Also, ich bin relativ offensichtlich hier rumgelebt. Was war der Erste? Mal schauen, ob hier ein Mächtiges rauskommt. Unheimlich Glück. Boah, wer hat denn hier schon eine Kiste leer gemacht? Das machst du gerade da. Was ist da drin? Noch eine dumme Toolbox, ey. Ja, gib mir die. Ist die da noch drin? Ja. Meiner ist nämlich kaputt. Ist er bei Nils? Ja, ich hab... Ich hab schon eine Toolbox im Beste. Ist nur eine braune. Ist egal, aber die geht trotzdem schneller. Ja, hinter dir. Hab ich genommen, ja. Also ist er nicht bei Nils, weil Nils läuft jetzt direkt auf mich zu. Also, ey, ich weiß nicht vorher jetzt. Also bei mir war er jetzt nicht... Ja, ich krieg hier keine Antwort, deswegen... Ja, ich weiß ja nicht, wo Nils ist und ich weiß auch nicht, wo der Killer ist. Ich hab nur... Doch, er ist doch bei ihm. Toll. Dann hätte ich vorher schon längst hier weggekommen. Jetzt kann ich nicht mehr weg. Nils antwortet ja nicht. Ja, ich bin gerade... Ich werde gerade verfolgt. Das war die Frage. Ich mach' nen Generator. Ich such' noch einen. Ich hör' ich noch, aber ich such' einen Generator. Hier ist einer an der Hütte drin. Ich finde schon... Ah, das ist die Killerhütte übrigens. Äh, äh... Ach, die Tine, ey, so'ne Scheiße. Ach, wegen dem Dings bist du tot, ne? Wegen dem Nicht-Heilen-Können. Warum läufst du jetzt da runter? Ja, falls er in den Keller hängen will. Jetzt hab' ich mich so erschrocken, ne? Geht er in den Keller? Nein. Ich bin ewig weit entfernt. Kommt er zu Scheunen, ne, oder? Ne, er ist weiter weglaufen. Ich weiß noch nicht, wohin ist. Ich hab' den Generator hier safe eigentlich. Er ist die Killerhütte gelaufen. Okay, ich hab' den Generator. Nein, ich hab' den Generator nicht safe. Ich hab' den explodieren lassen. Kommt er zurück, auf jeden Fall. Kommt er raus? Äh, läuft. Äh, äh, das sieht sich alles, ja. Hab' den Generator. Vielleicht läuft er zu mir, oder so. Geh' bei mir in der Nähe, ist er. Das ist sehr hilfreich, wenn man nicht wissen will. Mach den Silke hoch, er ist nicht da, er ist bei uns. Ich bin am Generator. Ja, mach den weiter, mach den weiter. Ich bin am Generator. Er ist ja gut. Du hast doch gesehen, wie ich neben dir rauskam. Du bist sogar noch um mich rumgelaufen. Nein, ich hab's nie, hab ich nicht gesehen. Ja, die Blinden, scheiße, die Blind muss man sein, wenn man um einen rummacht. Was machst du denn da? Du hast mich erschreckt. Nein, es hier, er hat mich. Du gehst nicht um die Ecke, ey. Ich bin Legion. Du hast auch so'n dunklen Anzugang. Ja. Ich kann nicht rein, weil... Natürlich. Was ist denn mit... Er hat dich jetzt noch nicht, oder was? Ja, Louis, du musst... Ne, was? Ne, ich dachte, Silke hat gesagt, sie hätte sie. Ähm, Louis, der Traitor von Legion, da ist ein ganz normaler, der sich in Legion verbandelt. Ist ja auch bei Teil, aber... Ja. Ich hör' nicht mehr. Mann, ey. Boah, ich bin so stolz, ich bin Legion hintergekommen. Ist der Ende? Das hab' ich noch nie gehabt! Aber ich hab' den Generator aufgeben müssen, scheiße. Ja, mach' den lieber. Los, geh' da wieder hin. Geh' da wieder hin, ich bin jetzt auf deiner Seite, der Map. Hallo? Erst bei mir in der Nähe. Rennst du so weit weg von dir? Ja, anders konnt' ich ihn nicht loswerden. Er ist hinter mir, ja. Nein, komm' aber nicht hier hin. Genau, zu mir auch nicht. Jetzt weiß er genau, wo er hinlaufen muss. Lauf' einfach aufs Feld. Ja, aufs Feld ist okay, ich bin außerhalb vom Feld. Oh, toll. Ich glaub', der wollte nur den Generator nicht zerstören, der war fast fertig, glaub' ich. Scheiße, bei mir in der Nähe ist einer gemacht worden. Ja, in der Killerhütte war dein Generator, oder? Ja, ja, in der Killerhütte. Und der war fast ruhig. Dann geh' ich da gleich hin. Ich zerstör' noch dritte mich hin. Ne, geh' ich hin. Hä? Wie blöd ist der? Ja. Ich bin ihm zu zweit mal jetzt entkommen. Ja, vielleicht will er, hat er dich vorher angehittet? Nein. Oder er hat vielleicht Verfolgung irgendwie drin gehabt, dann kriegt er auch massiv Punkte. Kann natürlich auch sein, dass ein Anfänger ist. Aber, ich denk' ich mein' nicht, weil mit DJ bist du so schnell. Nein! Doch, bist du wohl. Warum schweißt du so? Wenn er nicht kommt, find' ich hier gleich kurz. Wenn er nicht kommt, find' ich hier gleich kurz. Ich wollte doch nur durchs... Ich mach's... Der Generator ist fertig. Ich mach erstmal so. Toll. Wer hat das jetzt gemacht? Äh, meiner war fertig. Äh. Ich wollte das Totium noch zerstellen, jetzt kommt er hierher. Was zum Ausgang? Ich bin tot weg. Ich lauf' zu dem einen Ausgang hier hinten in der Ecke. Also nicht der bei der Killerhütte, sondern der andere. Ja, ich bin bei der Killerhütte. Äh, richtig. Der... Ne. Ich bin bei der Killerhütte. So ne weiße Hütte. Ich liege gleich. Der... Ja, pass auf zwei Drittel ist offen. Ich hab' Hälfte offen. Äh, lauf' nach links, lauf' nach links. Wo ist's der Walke Rot? Toor ist offen. Fuck. Ich versuch' mich zu heilen. Ich versuch' mich zu heilen. Scheiße. Lol, ist der blind, alter. Ich hab' mich hinter Baum versteckt. Wo ist der? Wo ist der? Ist er noch bei Lars oder nicht? Louis ist draußen. Nein. Ich weiß nicht wohl nicht. Ich komm, ich steck gleich wieder auf. Er war bei uns beim Ausgang. Ist er bei euch? Er war bei uns. Ist weg. Er ist bei Lars. Näh, er läuft noch, er läuft noch. Komm, zack, zack, zack. Ich hör' ihn schon. Ich geh' dann noch geben. Ey, komm. Pass auf, er läuft hinter mir her. Er versteckt sich da irgendwo. Er kommt zurück. Scheiße, ich bin... Ich hätte nicht rausgehen dürfen. Fuck, 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 fuck. Ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Näh, ich bin auch draußen. Näh, ich bin noch nicht. Da steht noch vor dem Ausgang. Oh Gott, ich geh' wieder raus. Das ist etwas, was der da macht. Da kriegst du Augenkrebs bei sowas. Das auffindet mit dem Arschbeeren. Yes, noch ein Pip, ja? Es macht Spaß, Alter. Ich hab' meine Lampe verloren, stand da. Ja, ich denk' mal, der macht das wegen irgendeiner Quest oder so. Weil der hat nur irrer Mut drin.